Also nur weil da jetzt vier Wochen die Leute hinkommen und Fußball spielen, wird auf einmal jetzt nicht das Kafala-System fallen und alteingesessene Qasaris werden sagen, ach Mensch, jetzt war ja die FIFA da, die kommen aus der Schweiz, tolle Leute, wir revolutionieren mal unsere ganze Gesellschaft, unsere ganze Kultur, das wird ja nicht passieren. 13 Fragen, hier kommt die erste. Sollte die deutsche Nationalmannschaft die WM in Katar boykottieren? Ja oder nein? Wenn ihr sagt, ja, angesichts der Menschenrechtsverletzungen ist ein Boykott mehr als angebracht, dann bitte auf die grüne Seite gehen. Und wenn ihr sagt, nein, ein Boykott könnte sogar eventuell mehr schaden als helfen, dann bitte auf die gelbe Seite gehen. Ja, vielen Dank. Jetzt wissen wir, wo ihr steht. Aber wo steht ihr eigentlich? In knapp einem Jahr geht sie los, die Fußball-Weltmeisterschaft 2022 in Katar, mitten im deutschen Winter. Und die deutsche Nationalelf hat sich ja längst qualifiziert. Die Frage ist, sollte sie auch teilnehmen? Denn schon bei der Vergabe vor rund zehn Jahren gab es ja heftige Korruptionsvorwürfe und weitere Kritik. Katar halte sich nicht an fundamentale Menschenrechte. Also es geht um die Benachteiligung von Frauen, die Unterdrückung von Schwulen und Lesben und auch die moderne Sklaverei auf den WM-Baustellen. Grund genug, sagen die einen, für einen Boykott. Als klares Zeichen gegen diese Menschenrechtsverletzung. Ja, Moment. So einfach ist es nicht, sagen die anderen. Ein Boykott könne eventuell sogar mehr schaden als helfen. Bei 13 Fragen geht es ja um den Kompromiss. Es wird heute spannend zu sehen sein, ob diese beiden Parteien aufeinander zugehen können und wie ein Kompromiss überhaupt aussehen könnte. Das werden wir am Ende der Folge sehen. Jetzt erst mal die Frage an euch. Wie würdet ihr euch entscheiden? Auf die grüne Seite gehen und sagen, ein Boykott ist jetzt dringend notwendig? Oder auf die gelbe? Lieber nicht. Das könnte eventuell sogar schaden. Schreibt es mir gerne in die Kommentare und begründet gerne eure Meinung. Ganz kurz zu den Regeln. Wenn ihr im Laufe der folgenden Diskussion der Gegenseite zustimmt, dann geht gerne einen Schritt auf sie zu, auf dem Feld. Wenn ihr sagt, eigentlich finde ich deine Meinung sogar plausibel, aber das, was du jetzt gerade erzählst, ist totaler Quatsch, dann könnt ihr auch gerne einen Schritt zurückgehen. Mein Ziel ist es, am Ende der Folge möglichst viele von euch hier in diesem sogenannten Kompromissfeld wiederzufinden. Also wir suchen ja eine Lösung und wollen den Konflikt nicht noch weiter verhärten. 13 Fragen. Hier kommt jetzt Frage Nummer zwei und die geht an Neven. Als ehemaliger Profi warst du ja sogar schon mal bei einer Weltmeisterschaft 2010 Südafrika, glaube ich. Gar nicht so unerfolgreich, kann man sagen. Wenn du jetzt heute noch mal 20 oder Anfang 20 wärst und gefragt werden würdest, kommst du mit nach Katar? Würdest du ja oder nein sagen? Kommt drauf an, welches Wissen ich habe und welche Haltung ich habe. Mit der Erfahrung, die ich jetzt habe, würde ich das nicht tun. Mit der Erfahrung, die ich damals hatte, glaube ich, würde ich das tun. Und deshalb glaube ich auch, ist es verantwortlich für die Spieler, die schon mehr Lebenserfahrung haben, auch zu helfen, so eine Entscheidung vielleicht mal mitzutragen. Aber grundsätzlich finde ich es schwer, dass jetzt alle Mannschaften oder vor allem die großen Mannschaften absagen. Weil wir sprechen ja auch nur über die Menschenrechtsverletzungen, weil es die WM gibt. Und auch nur deshalb ist der aktuelle Druck auch da. Ein Boykott würde nicht nur zu nichts führen, sondern er würde schaden. Wir haben eine Brücke, die der Sport ist, um auch unter Menschengruppen untereinander zusammenzukommen und den Sport dann sich zu feiern und das auch als Verbindungselement zu nutzen. Und diese Brücke sollten wir unbedingt nutzen. Du glaubst, ein Boykott wäre eher kontraproduktiv in Sachen Menschenrechte? Es würde nicht dazu führen, dass die Menschenrechte, die wir hoffen, sich dort etablieren, dass diese tatsächlich auch realisiert werden. Ich denke, es würde schaden. Also Nevin sagt, die Menschenrechtsverletzungen müssen an die Öffentlichkeit und sie kriegen durch eine WM auch eine große Öffentlichkeit. Und ein Boykott wäre eher kontraproduktiv. Könnt ihr das nachvollziehen? Also ich kann die Argumente absolut nachvollziehen. Natürlich mit einem Spotlight werden auch diese Themen mal aufgearbeitet, die ansonsten überhaupt nicht bei uns auf dem Radar erscheinen. Aber ob die Konsequenz dann wirklich die ist, dass wir bessere Menschenrechtsverhältnisse in Katar wirklich haben, das bezweifle ich. Deswegen bist du auch nicht nach vorne gegangen? Genau, deswegen habe ich mich nicht bewegt. Ich war kurz davor, aber dann dachte ich, nein, es passt einfach nicht. Ich persönlich als Frau sehe natürlich auch die WM in Katar auch noch mit besonderen Augen. Frauenrechte spielen da neben anderen Grundrechten keine Rolle. Und auch queer lebende Menschen werden dort, ja, wie soll ich sagen, mit Füßen getreten. Du bist ja nun selber leidenschaftlicher Fußballfan, aber auch aus durchaus auch aus persönlichen Gründen. Willst du diese WM einfach generell ablehnen? Warum? Erklär mal. Ja, also ich bin ein Fußballfan und ich bin auch nicht islamfeindlich und habe da auch keine Vorbehalte. Aber ich habe tatsächlich schon ein Problem damit, dass wir da in einer absoluten Monarchie zu Hause sind, wo dieser Fußball ausgetragen wird. Und darüber hinaus eben, du hast es in der Moderation ja auch schon zusammengefasst. Die Menschen werden versklavt. Frauen sind Leibeigene ihrer Männer. Das kann ich einfach nicht mittragen und möchte es auch nicht mitgehen. Ich bin auch eine Frau, die in diesem Land eigentlich gar nicht gut leben könnte. Und ich könnte auch schon gar nicht als queer lebend dort wirklich zu Hause sein. Und ich sehe halt auch keine Beweisführung, dass in der Vergangenheit ein großes Sportereignis wirklich die Folge hatte, dass sich da grundsätzlich was verändert hat. Wie geht es euch? Geht ihr einen Schritt auf sie zu? Ich meine, man muss ja ganz klar sagen, was du gerade gesagt hast, Frau queer liebend, nach der WM würde Felicia im Knast landen wahrscheinlich. Also ich würde zu vielem zustimmen. Das ist klar, dass es dort keine freie Zivilgesellschaft gibt, keine Gewerkschaften, es gibt keine freien Wahlen, es ist eine Erdmonarchie. Aber ich finde, wir sollten uns jetzt ein Jahr vor der WM ein bisschen mehr auf die Realität zu bewegen. In der Geschichte des Sports haben nur ganz, ganz wenige Boykotte etwas gebracht. Mit einem autoritären Regime wie in Katar muss man, glaube ich, diplomatischer sprechen, damit man positive Effekte bekommt. Wer verdient denn an dieser WM Geld? Das sind große deutsche Konzerne, die dort eine Straßenbahn bauen, die dort viele Trikots verkaufen wollen, die dort Maschinen herstellen. Wenn man dieses Turnier boykottiert, dann müsste man die gesamte globalisierte Wirtschaft und die gesamtglobalisierten Fußball boykottieren. Und deswegen ist es leicht, auf Katar drauf zu hauen. Aber wir auch als kritische Fußballfans gehören zu einem Fußballsystem, in dem Menschen zu Schaden kommen. Also sollte man den Fußball denn komplett boykottieren? Aber ist nicht Katar jetzt mal wirklich einer zu viel? Also ja, Kommerzialisierung im Fußball, Moral und Ethik wird nicht so groß geschrieben. Es geht ums Geldverdienen und so weiter. Aber bei Katar ist doch alles sowas von offensichtlich, dass ein Boykott doch irgendwie auch ein Zeichen Richtung FIFA wäre unter dem Motto bis hierhin und nicht weiter. Und es gibt auch Grenzen. Als Fußballfan möchte ich einfach kein Eröffnungsspiel an einem Novembertag sehen und eine WM im Winter erleben. Und als politischer Mensch möchte ich nicht, dass die deutsche Nationalmannschaft beziehungsweise deutsche Spieler Teil eines so großen inszenierten politischen Zirkus sind und ein Regime damit Legitimation erteilen durch die Teilnahme an der WM. Wie weit will man denn dieses ganze Spiel noch treiben, wenn jetzt schon darüber nachgedacht wird, wir machen eine WM alle zwei Jahre? Also es sind ja nicht nur die Menschenrechtssituationen in Katar, die man irgendwie berücksichtigen muss, sondern auch die Kommerzialisierung im Fußball. Und wo geht das alles hin? Und wer wird überhaupt gefragt? Ich glaube, dass das genau der entscheidende Punkt ist. Ich glaube, die Frage des Boykotts ist vor allen Dingen dem Fakt geschuldet, dass viele Versprechen und viele Gesetze, die es ja gibt, ja, die es ja unbestritten gibt, dass die aber nicht eingehalten werden. Und dass gerade die Öffentlichkeit oder auch die fußballinteressierte Öffentlichkeit frustriert es und eben immer wieder sieht, hey, die Leute leiden trotzdem weiter. Es gab viele Versprechen von der FIFA, aber auch von der katarischen Regierung. Die wurden alle nicht eingehalten. Wir wissen, es gibt weiter Menschenrechtsverletzungen. Und ich glaube, dass die Boykott-Diskussion Druck erhöhen wird und weiter einen großen Fokus auf dieses Thema lenkt. Aber das ist eine spannende Frage. Ab welchem Grad Menschenrechtsverletzungen ist ein Boykott gerechtfertigt und wann nicht? Also wir hatten ja Brasilien, Südafrika, lief auch schon vieles nicht besonders gut, auch in Sachen Menschenrechte. Warum ist dann Katar jetzt der Punkt, wo du zum Beispiel sagst, Boykott jetzt? Ich glaube, es geht gar nicht darum, dass jetzt Leute sagen, dort soll keine WM stattfinden. Dort kann meiner Meinung nach sehr wohl eine Fußball-WM stattfinden. Aber diese ganzen Begleitumstände, die wir in den letzten elf Jahren sehen, die führen eben dazu, dass auf Deutsch gesagt die Fußballfans die Schnauze voll haben und sagen bis hierhin und nicht weiter. Bis hierhin und nicht weiter. Kannst du nachvollziehen, Sebastian? Ich kann es zum Teil nachvollziehen. Ich glaube, dass sich die Diskussion eben jetzt an Katar so hochgeschaukelt hat, aus ganz vielen Gründen. Benjamin, du hast einige davon angesprochen. Ich glaube aber, dass ein Boykott eben nicht dazu führen würde, dass diese Diskussion weitergeführt wird. Ich glaube, ein Boykott ändert nichts. Ein Boykott von einzelnen Ländern trägt nur dazu bei, dass die Situation sich verschärft. Nicht alles in Katar hat sich verbessert, aber es gibt Fortschritte. Und diese sind vor allen Dingen aus Druck erfolgt. Und deswegen glaube ich, dass die Aufmerksamkeit nur dann erfolgen kann, wenn man das ganze Thema breit anlegt. Und dazu gehört eben auch Aktivität in Katar und Präsenz in Katar zu zeigen. Wir sprechen einmal über die Situation der Menschenrechte. Da bin ich der Meinung, dass Migration nicht nur in Katar stattfindet, sondern Migration quasi nach Katar führt, aber ja auch schon in Pakistan, in Bangladesch, in vielen, vielen anderen Ländern stattfindet, wo die Situation für die Menschen so katastrophal ist, wirtschaftlich und gesellschaftlich, dass sie quasi das Land verlassen müssen. Sie werden auf der Reise dahin von oftmals kriminellen Rekrutierungsagenturen ausgebeutet, müssen enorme Summen bezahlen und landen dann in Katar, wo sozusagen dann die Ausnutzung und die Ausbeutung in gewisser Art und Weise weitergeht. Und deswegen glaube ich, eine Austragung der WM, verbunden mit Maßnahmen, die vom Sport, von der Politik, von NGOs, von der internationalen Gemeinschaft, diese Migrationsstrukturen kritisieren in der Gesamtheit, die macht, glaube ich, Sinn. Das Problem ist nicht Katar als Land, das Problem ist die FIFA. Das Problem ist die Institution der FIFA, die eben in den letzten Jahren bei vielen WMs eben korrupt vergeben hat, wo Korruption eine große Rolle spielt. Es gibt viele Menschen in der Region, die sich freuen, dass diese WM auch mal in ihrer Region stattfindet und nicht nur in Südamerika, Europa oder Asien. Diese Leute haben eine gewisse Berechtigung auch, denen sollte man zumindest zuhören. Und von daher, glaube ich, sind das die Dinge, über die wir sprechen sollten. So, jetzt Hubi, du bist ja so halb gerade nach vorne gegangen. Halb so ein bisschen, ja. Bleiben wir doch mal beim letzten Punkt vielleicht. Ich würde jetzt einfach den Punkt, den Menschen in der Region würdest du die Fußball-WM madig machen? Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wie die Katarer das selber sehen. Es gibt ja auch nicht so viele. Es gibt ja, glaube ich, nur 200.000, 300.000. Der Rest sind ja alles Gastronomie. Es geht ja auch nicht nur, es geht um die Region. Also es geht sozusagen um die arabische Welt, auch um die islamische Welt. Und quasi Katar hat eben aus vielen Gründen, über die wir schon gesprochen haben, die auch echt problematisch sind, die Möglichkeiten, so eine WM auszurichten, die halt Ägypten, Tunesien oder Jordanien nicht hat. Aber wollte ich nicht unterbrechen, entschuldige. Ja, nee, nee, das ist ja alles gut. Ja, klar, da freuen sich dann wahrscheinlich auch ein paar Leute. Aber ich meine, 200 Milliarden Euro kostet dieses ganze Projekt, glaube ich. Und da muss man sich ein bisschen die Frage der Verhältnismäßigkeit stellen. Also es ist 2021, wir reden über Ressourcen, Klimawandel und so weiter. Und dann stellt man da mitten in die Wüste das da alles hin für 200 Milliarden Euro auf der Basis einer korrupten Vergabe in ein Land, wo die Fußballkultur quasi nicht existiert. Damit wir so einen Eiertanz machen, damit wir im Winter, damit das auf jeden Fall da stattfinden kann, im Winter auf dem Weihnachtsmarkt die WM gucken. Also das ist doch ein bisschen viel des Guten. So, jetzt sind alle drei nach hinten gegangen. Warum? Zum einen, weil wir Katar nicht aus den falschen Gründen kritisieren sollten. Das Winterargument ist kein Argument, weil irgendwo ist überall, es ist mal warm, es ist mal kalt. Und ich finde, wir sollten auch mehr auf die Argumente und die Motivation von Katar schauen. Katar ist ein sehr wohlhabender Staat. Die brauchen unsere Zuneigung eigentlich nicht. Warum will Katar die WM? Weil sie lange unter der Bedrohung von Saudi-Arabien standen, weil sie Angst vor einem Krieg haben, vor einer Invasion. Deswegen nutzen sie die Nähe zu westlichen Partnern, Wissenschaft, Fußball, Politik eben auch als Sicherheitspolitik. Die Frage ist, ob wir daran mitmachen sollen. Dennoch, die UN hat mehr als 200 Mitglieder, die FIFA hat noch mehr Mitglieder. Und die besteht eben nicht nur aus europäischen Demokratien, Deutschlands, Skandinavien. Wenn ihr keine WM mehr haben wollt in China, in der arabischen Welt, dann müsst ihr ein Argument haben, wie ihr die Staaten in Nordamerika, in Lateinamerika, in Afrika, weil die Fans dort so motivieren, dagegen zu stimmen. Also diese Debatte wird in Westeuropa geführt und sie wird wahrscheinlich nicht mal in Spanien geführt, sondern nur in Deutschland und in Großbritannien. Das reicht nicht, um die FIFA zu revolutionieren. Benjamin, hast du dich überzeugt. Warum nicht? Ich würde nochmal ganz gerne einen Schritt zurückgehen, wenn wir uns nochmal die Vergabekriterien anschauen. Menschenrechte haben damals überhaupt keine Rolle gespielt. Und für mich spielt die Verantwortung der FIFA eine sehr, sehr große Rolle. Natürlich kann man oder muss man auch Katar kritisieren, aber man muss eben an die Strukturen ran. Man muss schauen, warum spielt Geld so eine große Rolle? Und das ist für mich eben auch eine ganz entscheidende Frage. Welche Verantwortung trägt die FIFA? Und wird die FIFA dieser Verantwortung gerecht? Und aus meiner Sicht absolut nicht. Vollkommen klar, die FIFA-Diskussion oder überhaupt der Profifußball oder überhaupt Profisport in Gänze, das ist sicherlich ein Thema. Aber lass uns doch mal versuchen, heute ein bisschen realpolitisch zu bleiben und zu gucken, Boykott ja oder nein. Was machen wir jetzt? Hilft das jetzt konkret? Also wir reden jetzt über in einem Jahr, das ist relativ kurzfristig. Und wenn jetzt ein Boykottaufruf kommt, ist ja die Frage, unterstützen wir ihn oder unterstützen wir ihn nicht? Und hier war das Argument, mit eurem Boykott, mit eurem, sage ich jetzt mal, mit eurem Boykott, helft ihr den Menschen unter dem Thema Menschenrechte eben nicht weiter, sondern im Gegenteil, ihr torpediert sie vielleicht sogar. Was antwortest du? Ich glaube, dass wenn es einzelne Profis gibt, die sagen, da mache ich nicht mit, ist das meiner Meinung nach das maximale Zeichen, was wir erwarten können. Ich glaube, wie gesagt, nicht, dass große Fußballnationen nicht hinfahren. Ich glaube aber sehr wohl, dass Profis, das, was Jan Neven auch gerade gesagt hat, mit der Erfahrung, die er jetzt hat, als erfahrener, als gestandener Spieler, kann ich mir sehr wohl vorstellen, dass Spieler sagen, wir fahren dort nicht hin. Und ich glaube, dass das ein sehr, sehr wichtiges Zeichen wäre. Felicia, wir hatten gerade das Thema gehabt, Menschenrechte verteidigen geht mit Boykott eventuell schlechter, war das Argument von dieser Seite. Du stimmst dem nicht zu, warum nicht? Also es ist doch irgendwie plausibel, dass man sagt, hey, da ist so viel Spotlight drauf, jetzt können wir da wirklich die gesamte Weltöffentlichkeit mal draufsetzen. Und am Ende hilft es den Menschen vor Ort vielleicht tatsächlich mehr. Ich habe vorher angebracht, es ist eine absolute Monarchie. Es ist ja auch ein Land, das sich vom Göttlichen getragen fühlt. Die Gesetzgebung ist Gott gemacht, ein Staat ist nie Gott gemacht, auch ein Königreich ist nicht göttlich. Also wir haben ja da schon wirklich einen Grundkonflikt, den wir hier austragen müssen für die Werte, die wir stehen. Und natürlich, wir hatten auch eine WM in Russland. Also wir wissen alle, wie Vergaben funktionieren. Die folgen nicht nur Völkerverständigung. Das ist ja total naiv, sondern das geht um um ein ganz anderes Spiel. Und ja. Geld meistens. Um Geld, genau. Um sehr viel Geld. Und das ist doch, das ist das ganze Leitmotiv. Und von dem bin ich es eben auch leid. Und diese Systeme werden ja vor allen Dingen von Männern getragen, ob in Katar oder bei der FIFA. Und das ist ehrlich gesagt der Punkt, wo ich wirklich sage, ich habe die Schnauze voll und sehe da wirklich, ich habe gar keine Lust, ein großes Turnier zu boykottieren, junge Menschen von ihrem sportlichen Erfolg abzuhalten. Aber wie soll dieses Rad denn irgendwann mal gestoppt werden? Ich habe keine Idee. Wenn dann nicht irgendwann. Wir kennen alle Neuanfänge. Erstmal muss da irgendwie grundlegend mal ein Stoppschild rein. Und wenn es eben ein Boykott ist, der da am Ende helfen kann, dass wir eine Neuordnung finden, dann bitte schön. Jetzt war Neven die ganze Zeit in der Mitte und das Stoppschild hat dich nach hinten getrieben. Warum? Das klingt doch total plausibel. Ja, das klingt total plausibel. Ich finde aber auf der anderen Seite, wir haben in unserer Menschheit auch ein paar schöne Dinge geschaffen. Kultur ist eine davon. Und vor allem, wenn wir auch auf kultureller Ebene eine Basis haben, auf der wir uns austauschen, auf der wir als nicht nur die Kataris an sich, sondern die WM an sich, wo viele Nationen vertreten werden. Die Besten finden sich dann vor Ort und haben einen Wettbewerb, der dann von den Fans und den Nationen damit auch getragen, gefeiert und erlebt wird. Das ist ein wunderschönes Ereignis für die Menschheit. Ich würde das nicht wegschaffen, weil mir die eine Aspekte oder die eine Aspekte, die sicherlich auch wichtig sind, also wir sollten die weiter behalten. Ich glaube, Benjamin hat das sehr gut gesagt. Wir sollten sehr, sehr gezielt mit den Maßnahmen umgehen. Nicht einfach wegschaffen und dann hoffen, dass irgendwas sich verändert, sondern tatsächlich sehr gezielt da, wo es nötig ist, da auch die Punkte draufsetzen. Wir haben schon darüber gesprochen in Katar, die Menschenrechtsverlässung sollten wir nicht klein machen. Ganz im Gegenteil, wir sollten sie groß machen und auch groß halten, weil es sind Menschen gestorben. Amnesty hat jetzt auch vor ein paar Tagen darüber berichtet, dass genau diese politischen Maßnahmen, über die du sprichst, die nicht implementiert wurden, zumindest gab es politische Maßnahmen. Und in diesem Fall müssen wir natürlich auch zur Kenntnis nehmen. Die kamen nicht durch eine soziale Revolution, wo die Leute das eingefordert haben, sondern in diesem Fall müssen wir leider annehmen, es gab erst mal den politischen Wandel und hoffentlich kommt dann auch der soziale Wandel. Gleichzeitig können wir auch den sozialen Wandel für Menschenrechte darin etablieren, indem wir den Kontakt und auch den Respekt füreinander aufbauen. Und da rede ich nicht über füreinander von Politik zu Politik unbedingt, sondern auch zwischenmenschlich. Und da sehe ich es als falschen Punkt. Jetzt das erste Mal, dass im Nahen Osten eine WM ausgetragen wird, genau es dann zu diesem Zeitpunkt zu machen. Und da gebe ich euch auch völlig recht. Fußball, das ist eine ganz andere Debatte. Fußball verliert den Anker und es geht nur noch um Geld. Newcastle wurde vor kurzem aufgebaut. Ich bin da nicht dafür, ganz im Gegenteil. Und trotzdem ist Hubi nach Nevins Aussage so leicht nach vorne gegangen. Er hat, Nevin hat ja auch argumentiert, es hilft im Zweifel den Menschenrechtslage sogar mehr, wenn da wirklich was passiert und endlich mal dieses zarte Pflänzchen so ein bisschen gegossen wird, wenn ich dich richtig verstanden habe. Wie erklärst du dir das? Also ich bin nach vorne gegangen, weil Nevin sagte, man muss sehr gezielt gucken, was man da macht. Ich glaube auch, dass es illusorisch ist, dass ganze Verbände jetzt das boykottieren werden. Aber die Ben ja auch sagte, ein Einzelner kann schon sehr viel bewegen, wenn ein großer Spieler oder ein Spieler einer großen Nation sagt, ich gehe da nicht hin. Und er hat vielleicht einen schlauen Berater, der sagt, pass mal auf, gehen dieses und jenes Medienformat und dann thematisieren wir das alles mal. Warum gehst du da nicht hin? Und wir ziehen das über deine Biografie und über deine Entscheidung. Und du setzt jetzt quasi durch deine Entscheidung zu boykottieren als Einzelner den Spotlight auf Katar, dann könnte das, glaube ich, sehr viel bewegen und ein ganz anderes Spotlight setzen, als wenn man die Normalität bedient und alles so macht, wie FIFA und Katar sich das so vorgestellt haben. Und wie gesagt, das ist eine sehr künstliche Veranstaltung. Das hat man auch in Brasilien gesehen, das hat man in Südafrika gesehen, dass diese FIFA-Zonen entstehen, dass da etwas hingestellt wird für vier Wochen und dann sind wir wieder weg und wir hinterlassen Brachland. Also dadurch wird sich nichts ändern. Und was ich auch noch sagen wollte, man darf, glaube ich, nicht zu naiv sein, welchen bekehrenden Charakter so eine Fußball-WM haben kann. Also nur weil da jetzt vier Wochen die Leute hinkommen und Fußball spielen, wird auf einmal jetzt nicht das Kafala-System fallen und alteingesessene Kataris werden sagen, ach Mensch, jetzt war ja die FIFA da, die kommen aus der Schweiz. Tolle Leute, wir revolutionieren mal unsere ganze Gesellschaft, unsere ganze Kultur. Das wird ja nicht passieren. Die Menschenrechtsaktivistinnen von Amnesty International und Human Rights Watch sagen, mag ja alles sein, dass du recht hast, aber trotzdem sind wir gegen einen Boykott, weil wir glauben, dass dieses zarte Pflänzchen so besser gegossen werden kann. Was antwortest du denen? Ich weiß, dass das illusorisch ist. Unabhängig davon. Also der DFB duckt sich ja in der ganzen Sache ziemlich weg. Also vom DFB ist, glaube ich, so ziemlich gar nichts zu erwarten. Dementsprechend wird das nicht passieren. In einer idealen Welt, wenn jetzt ein Verband wie der DFB sagt, wir boykottieren das und machen uns mal Gedanken mit den Weltklasse-Spielern, die wir haben, die weltweit bekannt sind, die einen Fokus auf Katar lenken. Ich glaube, dann würde man sehr viel mehr Öffentlichkeit herstellen, als es überhaupt jemals möglich wäre, wenn du da hinfährst und spielst. So, Sebastian, das ist die ganze Zeit am Hin- und Herlaufen, habe ich gesehen. Du warst mal in der Mitte, dann bist du wieder zurückgelaufen. Also ich bin vor allen Dingen deswegen zurückgegangen, weil das religiöse Argument kam. Darauf möchte ich jetzt aber weniger eingehen, sondern ich möchte noch kurz was zum Kafala-System sagen. Du hast natürlich grundsätzlich recht. Es ist ein System, was es schon seit Generationen nicht nur in den Golfstaaten, sondern in der gesamten arabischen Welt gibt. Es beruht eher auf Gewohnheitsrecht als auf kodifizierten Recht. Das ist auch das Problem, dass zum Beispiel im häuslichen Bereich die Regelungen einfach nicht verschärft werden können. Meistens, weil das tatsächlich nicht der Autorität des Staates oftmals obliegt, sondern demjenigen, der halt im häuslichen Bereich auch das Sagen hat. Und das ist meistens dann der Hausbesitzer. Und es ist ein sehr komplexes Konstrukt, was eben auch gesellschaftlich teilweise tief verankert ist. Und da sprechen wir über Rassismus, da sprechen wir über wirklich ungleiche Verhältnisse in den jeweiligen Gesellschaften. Und das ist ein Riesenproblem. Politisch kann man das angehen, aber es ist eben nicht ausreichend. Und deswegen gibt es natürlich große gravierende Probleme in der Umsetzung. Ich glaube aber dennoch, dass die politischen Reformen oder zumindest die Gesetzesänderungen dazu geführt haben, aufgrund des Drucks, dass man nicht nur in Katar, sondern in der gesamten Region ganz anders über Kafala und über Bürgschaft und über Migration spricht. Du kennst dich in der Region relativ gut aus, auch aus beruflichen Gründen. Du kennst dich auch sehr gut aus, denn du warst ja sehr oft da. Kannst du das nicht nachvollziehen, was er sagt? Das zarte Pflänzchen, was da gerade in Teilen am Wachsen ist, auch in den letzten zehn Jahren durch den öffentlichen Druck, ist das nicht nachvollziehbar für dich? Das ist auf der einen Seite nachvollziehbar, aber auf der anderen Seite muss man ja... Aber du gehst nicht nach vorne, Entschuldigung. So nachvollziehbar ist es dann auch nicht. So nachvollziehbar ist es nicht. Und ich werde dir auch sagen, warum es für mich nicht so nachvollziehbar ist. Nämlich, weil hinter dieser Öffnung aus meiner Sicht eine ganz klare Strategie steht. Nämlich die Strategie, dass die Ressourcen in diesen Ländern irgendwann mal zu Ende gehen werden. Und die Königshäuser ganz klar wissen, wir müssen uns dem Westen öffnen, weil dort sind unsere, dort sind neue Investitionsmöglichkeiten. Aber was ist mit der Pressefreiheit? Was ist mit der Meinungsfreiheit? Was ist mit der Freiheit für Homosexuelle? Da tun sie sich sehr, sehr schwer. Sobald es um das Finanzielle geht, da sind sie sofort vorne mit dabei. Aber wenn wir zum Beispiel an den Fall von Jamal Khashoggi denken oder andere Beispiele, dort verharren sie meiner Meinung nach in ihren Traditionen und wollen sich eben nicht öffnen. Jetzt könnte man natürlich argumentieren, es könnte alles viel besser sein. Aber Felicia, wäre es vielleicht ohne diese WM in Katar alles viel schlimmer? Ja klar, wenn wir jetzt hier diese WM nicht hätten und wir jetzt alle auch heute nicht darüber sprechen würden, dann würde es diesen Spotlight nicht geben. Ich glaube, das ist nicht von der Hand zu weisen, inwieweit es Auswirkungen wirklich vor Ort jetzt hat, die auch nachhaltig positiv sind für die Menschen, weil es geht doch immer auch mal die Ohnmächtigen zu ermächtigen. Und ich habe da halt einfach, da sehe ich irgendwie die Löhner, die im Monat 250 Euro bekommen oder die oft auch nicht bekommen. Hashtag Lohndiebstahl, der ja da auch einfach gang und gäbe ist, weil es da keine Handhabe gibt, weil die Gesetze nicht angewandt werden. Und im Gegensatz dazu diese Milliardengelder, die da ausgegeben werden. Stadien werden gebaut, wo man gar nicht weiß, nachhaltig sind die auch nicht. Da wird 40 Grad auf 25 runtergedreht. Das sind alles so Dinge, die ich einfach unvereinbar finde. Und auch für die Spieler, die da hinkommen, die ganzen Menschen, die ich unterstelle denen gar nichts Böses. Aber das ist doch einfach pervers. Also ich kann da nicht anders als menschlich zu argumentieren. Mir ist schon klar, da kriegst du auch ganz viel Applaus. Da wird jeder dir applaudieren. In Deutschland, in Westeuropa. Außer Ronny. Außer Ronny, das ist jetzt betrüblich. Ich bin ja hier, um dich zu überzeugen. Du hast keine Verantwortung, du musst dich niemandem rechtfertigen. Es ist klar, dass jeder das gut findet. Aber in Katar zum Beispiel auch in anderen Regionen der Welt haben die ein sehr sensibles Sensorium, wie wir sie dort beurteilen. Das war in Russland, auch so in Brasilien. Und in Katar führt das sogar dazu, dass sich viele trotzdem noch mehr zurückziehen. Weil die sind extrem schockiert darüber, seit zehn Jahren, wie dort die Kritik auf sie einprasselt. Es gibt konservative Kreise, die die WM am liebsten zurückgeben würden. Also wir verlangen vom Fußball etwas, was wir von den großen Konzernchefs anscheinend nicht erwarten, die da viel größere Profite machen. Warum nicht was Kleineres? Unsere Fußballclubs Schalke, Bayern München, Borussia Dortmund. Niemand hat ein ernstzunehmendes Menschenrechtskonzept. Niemand schaut, auf welche Sponsoren, auf welche Trainingslager lassen wir uns ein. Niemand hat bei einem dreistelligen Millionenetat eine ernstzunehmende Abteilung, die diese Themen angeht. Und wir hauen auf Katar drauf, haben aber bei uns noch nicht mal die Hausaufgaben gemacht. Und warum nicht was Kleineres? Warum nicht hinfahren, Interesse entgegenbringen, kleinere Projekte, Broschüren, Workshops, Konferenzen, Wandel durch Annäherung. Ja, ich weiß, das würdet ihr wahrscheinlich auch für unrealistische halten, aber es gibt überhaupt nicht die Debatte darüber. Es gibt nicht mal Ansätze darüber. Und deswegen glaube ich, dass diese Kritik, die wenigen progressiven, fortschrittlichen, kreativen Kräfte in Katar, die es gibt, weniger als in Russland, weniger als in Brasilien, viel weniger. Aber das führt eher dazu, dass man die wenigen noch weiter von sich wegschiebt. Hubi und Co, sage ich mal, für die ist jetzt einfach eine rote Linie erreicht. Es gab jetzt verschiedene Beispiele von Menschenrechtsverletzungen, von autokratischen Strukturen und so weiter, von Königshäusern, die offenbar nicht wandelbar sein wollen. So ist zumindest die Aussage gewesen. Kurze Frage an euch. Was glaubt ihr, gibt es eine rote Linie? Kann man Sport und Politik trennen? Wo wäre für euch eine rote Linie? Schreibt es uns gerne in die Kommentare. Und jetzt darf Nevin noch mal sprechen, weil du bist ja auch schon länger nicht zu Wort gekommen. Lass uns doch mal über realistische Möglichkeiten vielleicht reden. Für wie realistisch hältst du es denn, dass ein Mitte-20-Jähriger... Nehmen wir Joshua Kimmich. Warum denn jetzt gerade den? Ja, fällt mir gar kein anderer an. Nehmen wir ihn. Es war ein gutes Beispiel. Der würde sich hinstellen und sagen, ich fahre nicht mit. Ist das denkbar? Ist das überhaupt denkbar? Traut man sich das als aktiver Profi? Ja, es sind sehr schwierige Schuhe. Ich hätte sehr viel Respekt für ihn, wenn er das tut. Die Tatsache ist, ich habe jetzt eine Stiftung seit knapp zehn Jahren im Fußballgeschäft, muss ich jedes Mal durch eine neue Hürde durch. Allein, weil ich mich irgendwie politisch äußere oder weil ich noch neben meinem professionellen Fußballberuf noch mich professionell mit Gemeinwesen auseinandersetze. Was heißt Hürde? Die Hürde ist, immer wenn was schief läuft, ist es, weil ich etwas anderes noch mache. Also wenn ich einen Fehler mache, wird der auf die Stiftung zurückgeführt. Wenn ein anderer Spieler genau den gleichen Fehler macht, sagt man, ist ja normal, ist ja menschlich. Also man hat irgendwas, wo man sagen kann, weißt du was, wir zahlen dir, damit du Fußball spielst und in Anführungsstrichen auch die Fresse hältst. Tu das. Und wenn du es kritisierst, dann gerne irgendwie mit irgendeiner Symbolgestik, die nichts kostet und auch wahrscheinlich nichts bewirkt, sondern eigentlich genau das falsche Signal an die Gesellschaft ist. Okay, aber du hältst es für relativ unwahrscheinlich, dass sich ein aktiver Profi irgendwie aus Protest in die Öffentlichkeit stellt und sagt, ich fahre nicht mit zur WM. Richtig? Habe ich richtig verstanden? Ja, ich finde, dass es... Das liegt wiederum am System, an Druck? Das liegt an den Interessen und am Druck. Es ist eine Power-Dynamik, in der die Vereine vor allem entscheiden. Und wahrscheinlich, wenn jemand sich dagegen entscheiden würde, wäre es nicht nur schlecht für die Person in der Nationalmannschaft, sondern wahrscheinlich würden die Vereine oder der Verein, bei dem der jeweilige Spieler auch da ist, sehr schnell eine Konsequenz draus ziehen. Gibt es denn einige symbolische Aktionen jetzt? Also diese Regenbogenaktion ist, also der Fußball ist so politisch wie nie zuvor. Wir sollten uns dafür kritisieren, dass wir den Fußballmarkt so haben wachsen lassen, dass jemand wie Qatar in Erscheinung tritt. Da kann man die FIFA kritisieren, da kann man die großen globalen Fußballmarken Bayern München, Barcelona, Real Madrid kritisieren, die wir mit unseren Trikotkäufen, unseren Pay-TV-Abos groß gemacht haben. Aber daran liegt bei uns auch eine große Schuld, weil wir diesen Markt eben auch füttern, mit unserem Interesse, mit unseren Nachfragen. Und deswegen sollen wir da jetzt alle ganz normal die WM spielen oder wie? Also ich meine, die Menschenrechte werden ja trotzdem verletzt. Das, was du kannst, du kannst deinen Verein, deinen Club, könntest du zum Beispiel boykottieren, weil der ein Teil des Systems ist. Du könntest mal ein Trikot nicht kaufen. Du könntest vielleicht mal... Ich kaufe keine Trikots, weil da Gazprom draufsteht. Das ist genau dasselbe. Das ist doch schon mal ein guter Schritt. Dann könntest du deine Freunde, du könntest deine Abgeordneten im Wahlkreis für das Thema interessieren. Du könntest offenen Brief schreiben. Du könntest eine Kampagne starten. Du bist ein überdurchschnittlich engagierter Fan, das weiß ich. Aber wir müssen uns vor Augen führen. Wir sind eine kritische Minderheit und die Fußballblase platzt auch nicht. Da werden Millionen und Abermillionen Menschen wieder diese WM schauen, weil Fernsehsender, weil Nachrichtenportale, weil Sponsoren, weil alle davon profitieren. Und deswegen haben wir eine Macht, haben wir als Konsumenten eine Macht, die wir noch zu unreichend nutzen. So Benjamin, jetzt gab es hier so viele Vorschläge. Abgeordnete, keine Trikots kaufen, mehr Dialog, Wandel durch Annäherung. Du bist trotzdem noch keinen Schritt nach vorne gegangen. Was muss denn passieren, damit du überzeugt wirst? Ich würde mir wünschen, dass die katharische Regierung konsequent diese Gesetze, die dazu da sind, Menschen zu schützen, die Arbeitsrechte zu schützen, dass die konsequent durchgesetzt werden, dass Unternehmen, die dagegen verstoßen, bestraft werden. Das ist aus meiner Sicht die Kraft und die Power, die diese Regierung hat. Ein Zeichen, was sie setzen könnten. Da geht es nicht um Annäherung oder das Fußballsystem zu ändern oder sonst irgendwas. Da geht es um eine klare Strategie, um eine Handlung. Und das hat leider in den letzten zehn Jahren nicht stattgefunden. Und solange das nicht stattfindet, bleibe ich hier stehen. Okay, lasst uns doch jetzt in eine Art Kompromissrunde reingehen, dass wir am Ende noch mal ganz kurz versuchen, noch mehr Menschen irgendwie mehr in die Mitte zu kriegen. Ich mache einen Vorschlag, danach macht jede Gruppe von euch also einen Vorschlag und dann schauen wir mal, ob wir noch weiter auseinander gehen oder vielleicht doch ein bisschen näher zusammenkommen. Mein Vorschlag ist einer, darüber haben wir noch gar nicht so viel geredet, welche Rolle nämlich, wenn wir Sport und Politik denken, welche Rolle die Politik spielen könnte. Jetzt ist ja auch gerade China und Olympia in der Debatte. Da gibt es einige Staaten, die sagen, aus Protest schicken wir nicht unsere großen Minister oder Staatschefs dahin, sondern wir schicken, wenn überhaupt, nur kleinere Diplomaten. Und ich dachte mir, das könnten wir doch für Katar vielleicht auch machen. Das heißt, als, sagen wir, wir suchen ja einen kleinsten gemeinsamen Nenner erst mal. Könnt ihr der Forderung zustimmen? Die würde dann auch in die Bundesregierung gehen. Ja, wir schicken die Nationalelf hin, aber nein, wir schicken nicht den neuen Bundeskanzler hin. Also wir adeln das Ganze nicht, indem wir am Ende Olaf Scholz zusammen mit dem König im Stadion sitzen haben, sondern sagen, öffentliche Repräsentanten gehen nicht dahin, aber die Nationalelf schon. Wenn ihr sagt, das kann ich mir vorstellen, das ist ein ganz guter Vorschlag, mal anders gedacht, Nationalelf ja, aber Regierung nicht, dann könnt ihr einen Schritt nach vorne gehen. Und wenn ihr sagt, nee, reicht mir nicht, dann bleibt ihr stehen oder geht nach hinten. Oh ja, drei Leute. Warum, warum findest du es nicht gut? Ja, weil wer, wenn nicht ein hochrangiger Politiker, kann da mal sagen, Leute, ihr mit euren Arbeitsrechten und so weiter, also bitte, jetzt reicht es aber auch mal. Also da kann man ja mal informell auf der Tribüne oder was weiß ich nachher nochmal sprechen, weil wenn da so ein kleiner Diplomaten-Johnny ankommt, den nimmt ja keiner ernst. Na ja gut, auf der anderen Seite versuche ich, dich ernst zu nehmen und ein klares Zeichen zu setzen. Also wenn der Bundeskanzler nicht zum WM-Endspiel fährt, Deutschland gegen England und der Bundeskanzler sagt, nee, ich komme aber nicht, das wäre schon klar. Ja, also wenn der Bundeskanzler da hinfährt und quasi gute Miene zum bösen Spiel macht und sich da hofieren lässt und sagt, alles super, dann sollte er da nicht hinfahren, dann sollte er besser seine Haltung zeigen und der ganzen Veranstaltung fernbleiben. Wenn er aber sich vornimmt, da irgendwie mal auf den Tisch zu hauen, in Anführungsstrichen, oder den Finger in die Wunde zu legen und ein bisschen den Druck aufrecht zu erhalten, dann ist das ja dann dort die Chance. Aber es geht ja um Kompromisse und deswegen finde ich, das ist ein guter Kompromiss. Wir haben fast jetzt schon Rollen getauscht, weil das ist eigentlich auch meine Haltung. Trotzdem würde ich von dieser Haltung ein bisschen abrücken und es macht nur Sinn, dass Olaf Scholz oder andere Regierungsmitglieder dort nicht hinreisen, wenn sie auch darüber hinaus einen kritischeren Ton anschlagen. Sie müssen das unterfüttern, wenn mal wieder der große Autobauer ein bisschen Geld braucht oder die eine deutsche Bank oder sonst und wenn die Aufmerksamkeit weg ist, dann wird es ja weitergehen. Daran glaube ich nicht so richtig, finde es aber trotzdem, es ist für alle Seiten gesichtswahrender Kompromiss, würde ich sagen. Ich würde euch jetzt bitten, merkt euch eure Position, steckt mal ein bisschen die Köpfe coronagerecht zusammen und überlegt euch irgendeine These, einen Satz, den ihr gleich vortragen könntet. Das ist mit Sicherheit, wenn wir einen Vorschlag bringen können. Aber es ist ja was Konkretes. Es ist was Konkretes, aber es ist genauso wie die deutsche Nationalmannschaft. Die Gruppen sind also gerade in der Kompromissfindung. Was wäre denn euer Vorschlag? Welche Kompromisslinie würdet ihr zeichnen? Also wie kriegen wir diese beiden Gruppen noch enger zusammen in der Frage Boykott, ja oder nein? Gibt es einen Mittelweg? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Und das ist ja das Problem, dass wir immer denken, bis zur WM und ein Jahr danach ist uns alles wieder egal. Wunderbar. Habt ihr irgendwas zu euch überlegt? Frank Gehald. Wir haben uns überlegt, dass es Sinn machen würde, wenn wir ganz, ganz viele unterschiedliche Akteure zu einem Dialog zusammenbringen. Und zwar aus Katar, aus Europa, auch aus den Entsendestaaten der Migranten, aus Bangladesch und anderen, um zum Beispiel ein Dreiländerturnier durchzuführen, das Ganze zu begleiten mit Veranstaltungen, mit Diskussionsforen, um über diese Probleme der Migration aufmerksam zu machen, weil das ist kein Problem, was nur Katar betrifft, sondern es ist ein Problem, was die gesamte Welt nach Katar betreffen wird. Und hier einfach diesen Austausch zu schaffen, damit am Ende auch Menschenrechte und Arbeitsschutzrechte eine Benchmark werden, auch für Länder wie Katar, damit sie darum einfach nicht mehr herumkommen, weil der Druck so groß ist, dass sie sonst eben hinten runterfallen würden in der öffentlichen Berichterstattung. Glauben wir, dass eine solche Veranstaltung oder mehrere Veranstaltungen, die eben unterschiedliche Gruppen zusammenbringen, hier sehr gut helfen könnte? Stimmt ihr dem zu? Geht ihr einen Schritt nach vorne? Dann dürft ihr es jetzt tun. Und wenn ihr Zweifel habt, könnt ihr sie gerne begründen. Also es ist ja auf jeden Fall eine super Sache. Hat Hand und Fuß. Gut vorgetragen. Stopp. Nee, also so ein Dialog. Das war meine Arbeit. Habt ihr fein gemacht. So ein Dialog ist ja auf jeden Fall wichtig und anlassbezogen, das zu machen. Ist natürlich, das hat mit der WM jetzt erstmal gar nichts mehr zu tun, sondern man macht extra nochmal ein Angebot dazu. Deswegen finde ich das gut, weil es konkret ist, inwiefern man da die Leute wirklich dazu kriegt, also zu kommen oder sich auch kritische Sachen anzuhören, jetzt von katarischer Seite, oder von denen, die von diesen Machtstrukturen profitieren. Das lasse ich mal dahingestellt, aber so Zwecksaufklärung und nicht nur Schwarz-Weiß-Denken, ist das, glaube ich, eine schlaue Sache. Und auch vielleicht Sinn der Sache ist ja, dass alle Akteure mit da reinkommen und sich engagieren und dass es halt auch jetzt vielleicht nach der WM erstmal stattfinden würde, weil es ja wichtig ist, genau, dass wir nicht zu dem Punkt kommen, die EM ist vorbei, nächste EM, nächste WM und die Aufmerksamkeit ist komplett weg, sondern auch tatsächlich gucken, was ist danach noch realisiert und da sozusagen am Ball bleiben. Um eben nicht immer dazustehen und zu sagen, das ist alles doof da mit dem System und den Ländern, aber wir gucken es trotzdem. Also mal ein bisschen ins Handeln zu kommen. Okay, das war der Vorschlag. Habt ihr auch einen Vorschlag? Unser Vorschlag ist eigentlich ein ganz konkretes Beispiel. Also es gibt schon etwas, nämlich der dänische Fußballverband hat sich dazu durchgerungen, dass keine Sponsorentafeln während dieser Weltmeisterschaft im Trainingslager, im Hotel zu sehen sein werden, sondern stattdessen Botschaften pro Menschenrechte mit Zustimmung der Sponsoren. Das heißt also, die verzichten auf Geld, die verzichten auf diese große Bühne, das größte Sportereignis, was es gibt. Und dort gibt es ein konkretes Beispiel, was ich finde, was alle Verbände übernehmen sollten. Ihr seid alle nach vorne gegangen? Und das kann ich nur begrüßen, absolut. Ich bin nicht für mehr Sponsoren und noch mehr Glitzer. So ein Statement kann ja auch positiv, also das finde ich so, wenn eine zeitgemäße Gesellschaftspolitik im Fußball schließt Sponsoren ein. Indem sie wegbleiben, können sie damit sogar Geld verdienen, indem sie ihr Image weiterhin schärfen und Profil gewinnen. Und das finde ich aber legitim, weil es ist eine kommerzialisierte Branche, es ist ein Wirtschaftszweig. Und ich finde, die Clubs sollten noch mehr auf progressive Sponsoren, Unternehmen zugehen, die vielleicht mit solchen Menschenrechtsbotschaften dann auch Zielgruppen und eben noch mehr Geld verdienen. Deswegen ist Dänemark, finde ich, ja, gutes Beispiel. Rubi? Ja, ich wollte nur noch mal kritisch da ergänzen, dass das ja auch die Gefahr aber birgt, dass so Unternehmen sich reinwaschen. Also bei Black Lives Matter haben wir es gesehen, dass ja auch das als Marketing und als Werbetool dann benutzt wird, also dass Politik schnell zur Werbung wird, weil es halt gerade Vogue ist. Und ich war nicht so hundertprozentig überzeugt. Also gute Idee, ja, kann man machen. Ich war da nicht so ganz überzeugt von diesem Vorschlag, weil ich mir denke, es ist genauso wie diese FIFA und UEFA-Banner, die überall hängen. Da steht da ein guter Spruch und am Ende. Aber vielleicht noch einen Satz dazu. Ich meine, kombiniert mit dem Vorschlag, den wir gemacht haben, wäre das ja tatsächlich ein Ansatz, wo man beides zusammenbringen könnte, weil dann auch man, auch dann der Gefahr entgegenbeugen würde, dass es eben reines Marketing ist. Und von daher glaube ich, ist ja vielleicht die Kombination aus den beiden, was wir gemacht haben, ein Ansatz. Ich fand es sehr bereichernd, weil wir einerseits auch uns gut inhaltlich ausgetauscht haben, ein paar neue Perspektiven da reingekommen sind, auch zueinander gekommen sind, aber dann auch wieder uns entfernt haben. Insgesamt sehr dynamisch. Und so habe ich es mir auch verhofft. Wie fandst du es? Also ich fand das auch sehr wertschätzend. Ich habe mich auch über eine Perspektive wie deine sehr gefreut, weil die natürlich sehr exklusiv auch ist. Also keiner von uns hat die Erfahrung, selbst als Spieler da auch vielleicht in die Rolle reinzukommen, eine Entscheidung zu treffen. Und deswegen bin ich sehr dankbar, dass du mich da auch persönlich bereichert hast. Ich habe schon noch die Hoffnung, dass vielleicht ein einzelner Spieler oder ein wichtiger Funktionär oder ein ehemaliger, was weiß ich, David Beckham, Sinedine Zidane, in der Größenordnung, dass die sagen, ich fahre da nicht hin und ich gucke mir das nicht an und ich rede aber darüber und trete in Formaten auf, die sich kritisch mit Qatar auseinandersetzen. Also, dass man schon nicht glauben muss, dass Boykott und fehlende Aufmerksamkeit gleich sind, sondern es kann sich ergänzen. Ja, würde ich zustimmen. Ich finde es schade, dass, so wie wir diskutiert haben, kritisch trotzdem gleich wertschätzen. Das hätten wir viel früher machen sollen. Also die WM wurde ja vor elf Jahren vergeben. Es ist sehr, sehr lange her und das Narrativ ist gesetzt und es wäre schön gewesen, wenn wir früher auf die Idee gekommen wären. Also wir haben gesehen, wenn man Kompromisse sucht oder Lösungsvorschläge sucht, kann man auch welche finden. Ihr seid alle relativ nah zusammengekommen. Ihr habt das Gefühl, wenn man diese ganzen Vorschläge jetzt kombiniert, dann würdet ihr vielleicht sogar noch weiter im inneren Feld stehen. Aber ich will euch erst da nicht hindrängen. Ja, liebe Politik, lieber DFB, liebe Sponsoren, wir haben hier ein paar Vorschläge gemacht. Bitte achtet sehr darauf, wie ihr mit euren RegierungsvertreterInnen umgeht in Katar. Bitte nehmt diesen Vorschlag ernst. Gründet ein Netzwerk mit allen zusammen, um eben einen nachhaltigen Dialog über die WM hinaus zu etablieren. Und vielleicht, liebe Sponsoren und lieber DFB, könnt ihr euch bei den Dänen tatsächlich ein Beispiel nehmen. VW, Grüße. Hier liegt einiges auf dem Tisch. Wir haben den Eindruck, das könnte eventuell weiterhelfen. Und die nächste Folge heißt dann, FIFA zerschlagen, ja oder nein? In diesem Sinne ganz herzlichen Dank. Merci. Danke. Danke. Vollkommen klar, alle Beteiligten heute sind natürlich gegen Menschenrechtsverletzungen. Die große Frage wird sein, wie gehen wir am besten gegen sie vor? Und ich glaube, ein weiteres Thema ist heute auch noch deutlich geworden, nämlich, dass der Profifußball an sich mal auf den Prüfstand gestellt werden sollte. Das betrifft auch den DFB und vor allem die FIFA. Wenn ihr 13 Fragen nicht so schlecht findet, dann abonniert doch einfach unseren Kanal. Das könnt ihr hier tun. Und eine weitere Folge 13 Fragen findet ihr hier oben. Und hier gibt es ein weiteres Video zum Thema.